Herzlich Willkommen zum Video über die Tiere des Landwirtschaftssimulators. Dazu werde ich euch ein paar Bilder zeigen und die entsprechenden Informationen jetzt im Anschluss sagen. Ich wünsche euch viel Spaß. Je zufriedener und zahlreicher die Hühner sind, desto mehr Eier produzieren sie. Besuchen Sie des Öfteren die Hühnerstelle und sehen sie nach herumliegenden Eiern um. Sammeln Sie diese ein und verkaufen Sie die Eier im Dorf oder beim Landhandel. Bei der Schafwiese finden Sie einen Betonsockel, auf dem in regelmäßigen Abständen eine Palette mit Wolle erscheint. Diese können Sie mit einer Frontleiter zum markierten Bereich bei der Spinnerei transportieren, um sie dort zu verkaufen. Sie können Kühe mit Heu und Mais Häckselgut versorgen. Wenn Sie den Tieren beides in genügenden Mengen geben, produzieren Sie am meisten Milch. Bekommen Sie nur Heu oder nur Häckselgut, sinkt die Milchproduktion auf die Hälfte. So, das war es jetzt schon wieder zu diesem Video hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Könnt mir ruhig einen Daumen oder einen Kommentar hier lassen. Und ich würde mich auch über einen neuen Abonnenten freuen. Also, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.